Wisset ihr noch, wie alles angefangen hat? Ganz, ganz, ganz am Anfang, als es uns noch nicht gab. Genesis. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und wirr. Finsternis lag über der Urflut. Da sprach Gott, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht Guts war. So gut, lieber Stock, finstern, vielleicht sehe ich etwas. Ist ein gutes Gefühl? Man kennt es, wenn man spät am Abend mit dem Velo nach Hause kommt, die Kellertür auf, das Velo rein, zack, es wird ein Licht, geht das Licht automatisch an. Gott hat das Licht zu erfunden, der Mensch, der Lichtschalter und eben auch der Bewegungsmelder. Sobald er merkt, da ist jemand, zack, Licht. Und ich stelle gerade zu meinem Velo hin, zack, stellt das Licht wieder ab. Timer spinnt, stockdunkel. Und dann Panik. Finsternis. Ich habe Angst im Dunkeln. Immer noch. Als Kind schon, es hat nie aufgehört. Ja, ich weiss, dass ich in meinem Keller kein Monster wohnen, solange das Licht brennt, weiss ich das. Aber komisch dunkel sind es überall. Überall. Und dann fuchtel ich mit den Armen und Gump so. Uuuh. Bewegungsmelder, wo das Licht soll wieder angehen. Achluophobie heisst das, wenn man als erwachsener Mensch Angst hat im Dunkeln. Das habe ich. Wahrscheinlich ist das noch so ein Evolutionsüberrest, der Neandertom in mir, der das Feuer bewacht, weil er weiss, wenn das Feuer ausgeht, dann sind wir alle tot. Dann verfrüeren wir von Würmen zerfressen, vom Säbelzahnteger in Stücke gerissen. Auf keinen Fall darf das Feuer ausgehen. Jetzt schreiben wir aber das Jahr 2021. Ich stehe in einem abschliessbaren Velokeller mit meinem Carbon-Rennbelo und habe Angst vor dem Säbelzahnteger. Hallo, Evolution. Hättest du etwas? Oder auf dem WC. Das kennt ihr. Auf dem WC. Ihr sitzt ein bisschen zu lang auf einem öffentlichen WC und dann löst das Licht ab. Bewegungsmelder. Stockdunkel. Ganz allein in dieser Kabine. Also nein, eben nicht allein, weil es sind gerade alle wieder da. Monster, Würme, Säbelzahnteger. Panik in der Brust. Und ich winke wieder. Aber der Bewegungsmelder sieht mich nicht. Es ist schwarz wie die Nacht und dann stehe ich auf und winke noch fester. Die Hose an den Füssen und Panik in der Brust wird grösser. Angst vor dem Dunkeln ist, glaube ich, Angst vor dem Tod. Als würde Gott das Licht wieder ablöschen. Für immer. Es wäre Licht gewesen sein. Fertig, Schluss. Finsternis. Und dann reagiert aber der Bewegungsmelder doch noch. Das Licht geht an. Zum Glück. Sitze ich ab wieder auf die WC-Schüssel. tief durchatmen, gerade nochmal gut gegangen und dann siehst du aber, dass die WC-Papierrolle leer ist. Und dann wieder Panik. Nein, das ist doch wieder so ein Giselschüssel. With my main man Tom Gisela. Gisela, gisela. Die WC-Papierrolle auch immer bei euch leer. Und Gott sah, dass die Rolle leer war. Die Hose an den Scheichen unten. Erstes Buch Hose. Genesis. I can't dance. Tanz mal mit den Hosen an die Knochen unten. Keine Chance.